So ihr Lieben, dann mal wieder Hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Motorradfahren ist schön und was man immer mal so findet sind so kleine Spots, wo man schon immer mal anhalten wollte, aber es noch nie getan hat. Heute sieht es vom Wetter gut aus, deswegen es bewegt sich nicht. Heute kann ich mal rundherum fliegen. Also bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020